Hieronymus Bosch Hieronymus Bosch war ein niederländischer Maler und Zeichner der Spätgotik bzw. der Renaissance. Er ist vor allem für seine surrealistischen Gemälde und Zeichnungen bekannt und gilt als einer der bedeutendsten Künstler des Mittelalters. Bosch lebte von etwa 1450 bis 1516. Er wurde in Sertogenbosch geboren und starb dort im Alter von etwa 66 Jahren. Boschs Motive sind meist religiös. Es gibt zahlreiche Figuren und Fabelwesen sowie ungewöhnliche Bildelemente, deren Interpretation heute noch nicht eindeutig ist. Die Werke sind oft von symbolischen und allegorischen Elementen geprägt und zeigen fantastische, manchmal auch beängstigende Szenen, die sich mit Themen wie Sünde, Tod, Hölle und Erlösung auseinandersetzen. Seine Ikonografie wurde teilweise durch überlieferte Texte und Vergleiche seiner Werke entschlüsselt. So steht beispielsweise die Eule für geistige Blindheit und Unbarmherzigkeit, während ein Trichter für eine betrügerische Absicht steht. In diversen Werken Boschs ist immer wieder das gleiche Gesicht zu erkennen. Ob es sich dabei um eine Selbstdarstellung handelt oder einen Auftraggeber, ist nicht geklärt. Zu Boschs bekanntesten Werken zählen Garten der Lüste bzw. das Paradies sowie das jüngste Gericht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017